Jerusalemer, das ist eigentlich ein Gute-Laune-Song von Master KG oder KG. Allerdings haben jetzt diejenigen, die an der Jerusalemer-Challenge seit Ende letzten Jahres teilgenommen haben, gar nicht mehr so gute Laune, denn sie haben Abmahnungen erhalten. Und wir schauen mal, wer alles so mitgemacht hat bei der Jerusalemer-Challenge. Man sieht hier Uniklinik, dann sieht man die Berliner Verkehrsbetriebe ganz aktuell vor sieben Stunden, Austrian Airlines, die Polizei, noch eine Uniklinik. Also vor allen Dingen waren es Kliniken, die daran teilgenommen haben. Und wenn man sich das mal hier anschaut, war das eigentlich immer eine lustige Aktion und wirklich nett gemeint, wie hier getanzt worden ist. Unten wird noch Covid-19-Warnung eingeblendet. Ja, habt ihr vielleicht überall schon mitbekommen, dass da wirklich getanzt worden ist. Und ja, jetzt wird es teuer. 4.000 Euro sollen Polizeidienststellen, Feuerwehren und eigentlich all diejenigen Zahlen, die die Jerusalemer-Challenge getanzt und veröffentlicht haben. Jedenfalls steht das so in den Abmahnungen drin, die von Warner Music verschickt werden. Was da dran ist, ob das rechtlich in Ordnung ist, ob das moralisch vertretbar ist, wenn man unsere Helfer in der Not so abmahnt. Das alles seht ihr in diesem Video. Hallo, ich bin Christian Solmecke, Rechtsanwalt und Partner der Kölner Medienrechtskanzlei Wilde Beuger & Solmecke und lasst gerne ein Abo für diesen Kanal da, falls euch Rechtsthemen interessieren. Und dieses Rechtsthema sollte alle interessieren, die mal den Jerusalemer-Song in der Challenge nachgetanzt haben. Habe ich noch nicht gemacht. Der Song war mir natürlich gut bekannt, weil er im Radio rauf und runter läuft. Wahrscheinlich auch wegen dieser Challenge, muss man natürlich an dieser Stelle sagen. Es ist so, dass jetzt tatsächlich dort Abmahnungen verschickt worden sind, weil der Tanz natürlich mit einer Musik Jerusalemer hinterlegt worden ist. Sonst wäre es ja nicht die Jerusalemers-Challenge, logisch. Und diese Abmahnungen dann eben entsprechend teuer sind. Ich hatte euch hier mal eine Webseite rausgesucht, die Feuerwehr Stockelsdorf. Die wollte gerne auch den Jerusalemer-Song erst aufnehmen, haben dann aber gesagt, nee, wir machen das nicht, weil wir nämlich Angst haben vor Abmahnungen. Und dort hat man herausgefunden, dass es bis zu 4000 Euro waren, die hier von Warner verlangt worden sind. Die Feuerwehr hat sich dann entschieden, das anders zu machen. Die haben dann eben hier auch sehr interessante Videos mit offenbar gemeinfreier Musik gemacht. Ja, also, dass es sozusagen hier passiert, oder Bad Schwartau, Feuerwehr Bad Schwartau, hat es auch mit, meine ich, auch gemeinfreier Musik gemacht. Oh, da habe ich jetzt gar keinen Ton an. Mal horchen, was die gemacht haben hier. Und für diesen Grund, wir produzieren jetzt einen neuen, unigen Rekord. Ja, also, hoffentlich war es gemeinfreie Musik. Aber was sich natürlich jetzt hier an Fragen stellt, ist klar, man stellt sich die Frage, wenn so viele, wie wir es hier gesehen haben, an dieser Jerusalemer-Challenge teilnehmen, hier 300.000 in vier Wochen, 4,7 Millionen, 1,7 Millionen, also alle Kliniken 50 Millionen. Also sieht man, was das für eine Bewegung losgetreten hat. Wer kriegt jetzt hier das ganze Geld? Jetzt kommt Warner her und sagt, naja, das Geld, das steht uns zu, weil wir doch die Rechteinhaber sind. Ja, fragt sich, wie ist das rechtlich? Kann man nicht einfach auf so einen Song tanzen und ist dafür nicht längst gezahlt worden? Naja, urheberrechtlich muss man sagen, dieser Song ist natürlich urheberrechtlich geschützt. Man darf sich den privat kopieren, man darf auch privat danach tanzen, man darf privat auch sein eigenes Video dazu machen. Aber in dem Moment, wo man das Video, was so mit Musik hinterlegt worden ist, weiterverbreitet, veröffentlicht, wird das schwierig. Denn das ist nicht mehr der private Bereich. Hier hat man tatsächlich ein Werk geschaffen mit Hilfe des Songs, der urheberrechtlich geschützt ist und darf das Werk nicht weiter verbreiten. Es ist sowieso schwierig, wenn man einen Song verwendet für ein neues Bild oder ein neues Video, da muss man immer den Urheber fragen. Denn es ist so, dass jetzt der eine oder andere auf die Frage kommen könnte, gibt es denn nicht längst Lizenzvereinbarungen zwischen YouTube und der GEMA? Ja, die gibt es natürlich, aber die sind vor allen Dingen geschaffen worden für die Musikvideos, für die originalen Musikvideos, dass die oben bleiben dürfen. Die GEMA kann gar keine Rechte vergeben für die neue Verbindung von Bild, nämlich dem Tanz und dem Ton. Sie können Rechte vergeben für das Musikvideo, so wie es dort ist, beziehungsweise es ist ja nicht nur die GEMA gewesen, sondern dafür haben die Plattenlabels einen Deal mit YouTube gemacht, aber eben nicht für Neuschaffungen. Wenn ihr also jetzt Musik nehmt, damit eure YouTube-Videos untermalt, dann ist das leider eine Urheberrechtsverletzung. Moralisch muss ich sagen, völlig daneben diese witzige Neukreation im Keim zu unterdrücken. Hier wird Kreativität ja wirklich sofort unterdrückt, wenn sie gerade nur entsteht. Jetzt kann man natürlich sagen, ja wieso denn? Die armen Künstler müssen ja auch Geld verdienen, aber ist vielleicht nicht so, dass der arme Künstler, der hier vorher in meinen Augen relativ unbekannt war, erst durch die Jerusalemer Challenge groß geworden ist. Den Song, den gibt es ja schon seit Ende November 2019, also den gibt es schon eine ganze Zeit. Dann kam die Challenge, plötzlich ist der Song in den Radios und plötzlich sehr berühmt und dann lässt man all diejenigen abmahnen, die den Song eigentlich erst groß gemacht haben. Juristisch, okay, kann man sagen, ist nicht allzu viel dran zu rütteln. Jetzt muss man gucken, wie viel die verlangen. 4.000 Euro fände ich persönlich ein bisschen viel, wobei man da auch sagen kann, die Berechnungsgrundlage für den Lizenzschaden, da gibt es zwei Methoden. Das Erste, was man machen könnte, man könnte den Schaden verlangen, oder beziehungsweise die Einnahmen verlangen, die durch den Song entstanden sind. Wenn also diese ganzen YouTube-Videos, die wir gerade gesehen haben, Einnahmen erzielt haben, dann könnte Warner kommen und sagen, gebt mir die Einnahmen. Das fände ich übrigens auch das Fährste, gar nicht mit Anwälten, sondern wenn ihr es wollt, dann operiert doch einfach mit dem Content-ID-System von YouTube, übernehmt überall die Einnahmen und es ist gut. Jetzt wird es so sein, dass die ganzen Feuerwehren, Polizeidienststellen, Krankenhäuser gar keine Einnahmen über YouTube generieren, weil sie diese Funktion ausgeschaltet haben, könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Und man sich dann sagt, dann müssen wir eben mit Abmahnungen ran. Und unter anderem ist die Polizei in Nordrhein-Westfalen abgemahnt worden. Und ich weiß jetzt nicht, ob es auch noch Krankenhäuser getroffen hat. Auf alle Fälle sind einige Abmahnungen hier wegen der Jerusalemer-Challenge verschickt worden. Denn von den Deals, die YouTube gemacht hat mit den Plattformen, ist das nicht gedeckt. Und auch mit dem neuen Urheberrecht, das sei hier mal angesprochen, habe ich letztens ein Video dazu gemacht, wird es leider nicht besser werden. Da kann man maximal 15 Sekunden nehmen und das auch nur als Privatperson von so einem Tonstück. Sowas wird alles auch künftig nicht möglich sein. Man müsste sich wirklich erst die kompletten Rechte einkaufen von der Plattenfirma. Und das ist ein Ding, das wollt ihr nicht. Jedenfalls nicht, weil ihr mal eben so ein YouTube-Video machen wollt, also da überall anzuklopfen. Das ist jetzt kein One-Stop-Shop, wo man sagt, ich will jetzt ein Jerusalemer-Challenge-Video machen, gib mal die Rechte. Und Millionen Menschen, die die Challenge erst zur Challenge gemacht haben, würden auch nicht vorher die Rechte kaufen. Also völlig undenkbar. Denn war es das mit solchen Challenges, muss man tatsächlich auch sagen. Dann habe ich mir noch die Frage gestellt, oder ihr habt mir die Frage ehrlicherweise auch gestellt, wie sieht es denn dann aus mit TikTok? Nun, bei TikTok sind doch diese Challenges jeden Tag gang und gäbe. Da wird doch nichts anderes gemacht als Musik drunter und dann hüpft da jemand lustig drum. Und TikTok bietet doch die Musik sogar quasi noch an. Ja, denkst, habe ich mir natürlich auch angeschaut, was TikTok dazu sagt, dass man hier Musik von Fremden nimmt. Schauen wir uns mal hier an. TikTok-AGB springe ich direkt rein, haben die extra fett gedruckt in ihren AGB, weil es besonders wichtig ist, in Bezug auf Tonaufnahmen und die darin enthaltenen musikalischen Werke, die innerhalb der Dienste oder über die Dienste zur Verfügung gestellt werden, werden ihnen nach diesen Nutzungsbedingungen keinerlei Rechte eingeräumt. Ein bisschen verklausuliert, aber es sieht mir fast so aus, ihr habt keine Rechte an den Tonaufnahmen, die jetzt hier TikTok euch zur Verfügung stellt. Also, das würde bedeuten, TikTok, ihr müsstet euch die Rechte noch besorgen. Und tatsächlich habe ich auch das bei meinen Recherchen gelesen, dass TikTok gar nicht die Rechte von allem hat, was hier angeboten wird. Und insofern könntet ihr hier auch genauso abgemahnt werden. Ja, das ist wieder so ein Punkt, wo ich sage, juristisch können wir die Lage ganz eindeutig beantworten. Das ist eine Urheberrechtsverletzung, natürlich. Über die Höhe, die 4.000 Euro, lässt sich streiten, wenn die geltend gemacht worden ist. Über Anwaltsgebühren lässt sich streiten. Da wird es oftmals so sein, dass die überzogen sind. Privatnutzer zum Beispiel dürfen nicht mehr als roundabout 155 Euro Anwaltskosten auferlegt bekommen bei einem erstmaligen Verstoß. Da wäre das gedeckelt. Hier haben wir es aber nicht mit Privatnutzern zu tun. Hier haben wir es teilweise mit professionell organisierten Kliniken zu tun. Ja, da kann man möglicherweise dann auch bei den Abmahnungen wieder ein bisschen mehr verlangen, aber eben auch nicht bis in so eine Messliche gehen. In der Summe 4.000 Euro für so ein Kliniken-Video fände ich schon viel. Andererseits, wenn damit Geld verdient worden ist, ja mei, dann sollen sie es halt abschöpfen, das Geld. Und dann muss das Geld eben weitergegeben werden. In der jetzigen Zeit, in der wir stecken, mit Abmahnungen auf so einen Mutmacher-Song zu reagieren, der eine tolle Challenge ist von den Helfern, die wirklich an vorderster Front gerade stehen und im Kampf gegen Covid-19 helfen, finde ich voll daneben. Und da muss ich einfach mal eine Meinung sagen. Es ist mir scheißegal. Natürlich kann es sein, dass die Rechtslage jetzt gerade anders aussieht, aber es gibt ja Möglichkeiten, dass auch die Musiker dann noch von der Challenge profitieren. Aber nochmal, die Challenge hat diese Musik erst groß gemacht. Auch das darf man irgendwie nicht vergessen. Und auch da profitiert der Musiker rum. Das sind einfach Gedanken, die mir zu dieser ganzen Diskussion und zu diesen ganzen Abmahnungen jetzt im Kopf rumschmieren, wo ich so lange schon mit Abmahnungen zu tun habe, denke ich so, das ist irgendwie ein Schritt. Zu viel. Eure Meinung würde mich auch interessieren, postet es unten in die Kommentare, beziehungsweise wir haben eine Umfrage auch im Community-Button gestartet. Selbst wenn das juristisch hier alles sauber gelaufen ist, vielleicht sind die Forderungen ein bisschen überzogen, aber okay, im Kern kann man das rechtfertigen. Ich darf natürlich nicht tanzen zu schöner Musik und habe keine Rechte an der Musik. Was meint ihr? Sollte man so darauf reagieren oder sollte man da nicht mit einem milderen Mittel rangehen? Geht in die Community, nehmt dann der Abstimmung teil. Ich habe meine Meinung geäußert, braucht den Abstimmungs-Button dann nicht mehr treffen. Aber vielleicht ist der eine oder andere da bei euch ja anderer Meinung. Ansonsten habe ich noch den Abo-Button, den könnt ihr gerne drücken, falls euch das Video gefallen hat. Wir sind kurz davor, die 700.000 zu knacken und planen für morgen ein größeres Event. Ich hoffe, das klappt. Das wird dann Live-Event morgen Abend, 17, 18 Uhr. Ich denke mal eher 18 Uhr. Könnt ihr euch schon mal in den Kalender schreiben. Ich möchte mit euch einen Live-True-Crime-Morgen machen. Da könnt ihr miträtseln. Also morgen Abend, Dienstag, Live-Event. Ansonsten hier noch zwei Videos, die euch die Zeit bis morgen überbrücken könnten. Würde mich freuen, wenn ihr morgen dabei seid und euch an der Abstimmung jetzt beteiligt. Danke fürs Zuschauen. Tschüss und bis dahin.